Hey meine Freunde, kennt ihr das Problem? Ihr habt gerade euer Spielstand geladen, weil ihr gerade so richtig Bock auf The Forest habt und auf einmal guckt ihr in euer Inventar und denkt euch, ja scheiße, wo sind meine Sachen eigentlich hin? Dann denkt ihr, ach weißt du was, ist doch scheißegal, weißt du, ich sammle einfach alles wieder neu, ist halt so, da geht es zum Beispiel hier in den Wald, Moment, erstmal in den Wald laufen, in 20 Jahren zumindest, daraus ist ein bisschen dunkel, ja? Habe ich gerade eine Taschenlampe? Ja, die habe ich gerade noch so zur Verfügung, sehr schön, sieht ein bisschen aus wie Slendermod irgendwie gerade, so, dann hebt ihr den Stein auf und merkt, ich kann ja gar keine Steine mehr aufheben, was soll die Scheiße? Ist fragwürdig, ne Freunde? Tja, dagegen gibt es jetzt einen Trick und zwar den wunderschönen Mod, der dafür sorgt, dass erstmal hier keine tausend Vögel sich an den Lagerfeuern rumtreiben und, wenn ihr jetzt J drückt, Achtung, gut hinhören, Aha, dann ist das Inventar sozusagen wieder repariert, wenn man es mal so sagen möchte, das heißt, man geht jetzt wieder dahin, und nimmt jetzt zum Beispiel mal einen Stein auf, und sieht, man kann wieder einen Stein aufheben, das ist ja, es ist zwar noch nicht der wahre Luxus, also man bekommt zwar nicht seine ganzen Sachen wieder, Aber man kann zumindest wieder weiterspielen. Und das ist ja mal wenigstens etwas, müsste ich mal behaupten. Ich meine, wenn man gerade hier so eine Lagerfeuerstelle hat wie ich hier, also so ein schönes Lager, wo hier die ganzen Koffern alles in der Nähe sind, da ist das schon von Vorteil, wenn man hier zum Beispiel die ganzen Sachen wieder einfach neu aufheben kann. Weil, wie ihr ja wisst, nach jedem Neuladen ist ja alles wieder respawned sozusagen. Also die Koffer sind wieder zu, was weiß ich. Die Fallen sind wieder normal, alles funktioniert wieder so, wie es sein soll. Und das ist das Wunderschöne. Und wie man diesen Mod jetzt noch installiert, das zeige ich euch natürlich sofort. Und zwar jetzt. So Freunde, eben habe ich euch ja gezeigt, was der Mod-Lauder so alles schönes kann. Jetzt werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr ihn überhaupt bekommen könnt. Dazu geht ihr auf survivetheforest.net, Link natürlich in der Beschreibung. Dort geht ihr jetzt hier einfach bei der aktuellsten Version, in dem Fall ist es jetzt die 0.3. Und jetzt wird man auf irgendeine Seite hingeschmissen, warum auch immer. Aber ist gar kein Problem, geht ihr jetzt auf die 1 und dort findet ihr jetzt diesen schönen Text. Könnt ihr schon mal durchlesen, was hier so alles passiert, was er so schönes kann. Jetzt drückt ihr hier unten drauf auf Dateien. Wichtig, ihr müsst euch vorher in dem Forum hier anmelden. Ich habe es jetzt einfach nochmal runtergeladen, warum auch immer. Jetzt drückt ihr einfach hier drauf und startet das Ding mal. Jetzt steht hier, no mods found, das ist gar kein Thema. Denn wir sollen einfach noch ein bisschen warten und er lädt sich den Shit selbst zusammen. Das ist doch mal purer Luxus. Brauchen wir einfach nur kurz warten und dann hat es sich gleich. So, jetzt fragt er uns, ob das Spiel wirklich an dieser Stelle ist. Das kontrolliert ihr jetzt nochmal. Ja, da ist meins. Und zack, schon taucht das hier auf. Hier werdet ihr jetzt immer die neuesten Informationen erhalten. Das ist natürlich sehr wertvoll für ein Programm. Und jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigsten. Hier sind die ganzen schönen Mods. Ja, zum Beispiel hat man hier keine Kanimal mehr. Also dann ist hier alles schön sicher. Dann könnt ihr schön bauen und sowas. Das habe ich ja schon erklärt und so. Dann könnt ihr hier, das was ja sehr wichtig ist, no more birds. Die sind nämlich für die ganzen Legs und sowas verantwortlich. Könnt ihr euch alle selbst in Ruhe durchlesen. Ist ja gar kein Problem. Wird auch immer aktuell gehalten und sowas. Ist schon sehr geil. Ich hau jetzt einfach mal den hier rein. Ja. Und euch wünsche ich einfach viel Spaß mit einem ruckelfreien The Forest. Tschüss.